Während man in Deutschland diskutiert, 3G, 2G, 1G, sind wir hier in Kunkui. Dort gilt eindeutig die 3K-Regel. Kaufen, kaufen, kaufen. Wir möchten euch heute Abend mit nach Kunkui nehmen und zeigen, wie viele Leute hier unterwegs sind. Viel Spaß beim Zusehen. Wir stehen jetzt hier vor dem Tempel aller shoppingwütenden Urlauber hier im Kunkui-Center. Kommt doch einfach mit, da drin gibt es garantiert gute Preise. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Eure Auswanderer aus Siedel. Eure Auswanderer aus Siedel. Eure Auswanderer aus Siedel. Eure Auswanderer aus Siedel. Eure Auswanderer aus Siedel.